Am 11. und 12. September 2010 treffen sich wieder die Freunde des Cross-Triathlons und den sportlichen Herausforderungen bei der 7. Wolfgangsee-Challenge. Österreichs härtesten Cross-Triathlon mit Salzburger Landesmeisterschaften. Die Besucher erwartet ein breit gefächertes Rahmenprogramm sowie absolut spannende Wettkämpfe. Seien Sie mit dabei, wenn am 11. und 12. September der Startschuss zur 7. Wolfgangsee-Challenge fällt.